Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur Deutschstunde für die 5. Klasse. Heute gehen wir ein Stück weiter. Sommer Teil 2 Mein Name ist Diana Bundara und heute bin ich eure Deutschlehrerin. In der heutigen Lektion hören wir einen kurzen Text auf dem Lektor. Und nach der heutigen Lektion werden wir einen kurzen Text mit seinen letzten Plänen benutzen, mit neuen Vokabular. Unser heutiges Arbeitsmaterial ist wie immer ein Blattpapier oder ein Heft. Dazu braucht ihr einen Stift zum Schreiben und natürlich eure Handys. Und es ist wichtig zu sagen, dass ihr in jedem Moment eine Pause machen könnt. Möchtest du reisen? Wohin? Bist du wie guttun? Ich komme. Verbindet bitte das Wort mit dem Bild. Hier sind die Bilder. Also, aufs Land. Sehr gut. Okay. Danke, Nasello. An das Meer auf der Insel. Na more, na ottok. In die Alpen, ins Gebirge. Danke, Uplanine, Ualpe. Nach Frankreich oder Paris. Sehr schön. In die Schweiz. Und zur Oma oder zum Onkel. Und zur Oma oder zum Onkel. Jetzt könnt ihr die Video-Lektion stoppen und das alles abschreiben. Zaustavite Video-Lekciju i prepišite sve u bilježnicu. Und jetzt spielen wir. A sad ćemo malo zaigrati jednu online igricu. Skenirajte QR kod ili prepišite bitli adresu preglednik i pristupite igrici. U ovoj igrici trebate spojiti odgovarajući termin na hrvatskom i na njemačkom jeziku. Bitli adresa glasi bit.ly kosacrta broj 33 malim slovima w-o-h-i-n-r-e-i-s-e-n. Und wie lange möchtet ihr dort bleiben? Einen Tag oder zwei Tage? Eine Woche oder zwei Wochen? Jetzt wiederholen wir Tage der Woche. Sada ćemo ponoviti danne utjetnu. Skenirajte QR kod ili pristupite igrici pomočove bitli adresu. Bitli adresa glasi bit.ly kosacrta broj 2 veliko slovo T-A-G-E veliko slovo W-O-C-H-E. Pa svas tu, Dota Montag. Što radiš tamo u ponedjeljak? Pa smuš ti stumachen. Što želiš raditi? Pa koja radnja je prikazana na prvoj sličici? Odlično! Zofen! A druga? O kojoj aktivnosti se radi? Što mislite? Tako je. Zum Strand gehen. Ići na plažu. A treća? Tako je. Die Stadt gehen. Ići u grad. Što pokazuje četvrta sličica? Koju radnju? Bravo! Foto smaknu. A ova sličica? Bravo! Faulenzan. I zadnja? Švemen. Gut gemacht! A sada pokušajte uspjeno govoriti na ova dva pitanja. Was machstu tota Montag? Und was müštest tu machen? Ove sličice mogu vam pomoći pri tome. I evo kako ste mogli odgovoriti na ova dva pitanja. Naprimjer. Am montag gehe ich in die Stadt. U ponedjeljak idem u grad. Am dienstag gehe ich ins kino. U utorak idem u kino. Ich möchte schwimmen und tauchen. Želim plivati i roniti. Am mitwof zofe ich. U srijedu surfam. U srijedu surfam. Was nimmst du mit? Die Badehose. Kopacze, klatsche. Die Taucherbrille. Maske možda. Nimmst du vielleicht ein Bikini mit? Oder die Sonnenbrille. Nimmst du vielleicht den Rucksack mit? Oder das Handy. Pauzirajte video i pokušajte usmjerno odgovoriti na ovo pitanje. So könnt ihr diese Frage beantworten. Ich nehme eine Sonnenbrille, einen Rucksack und ein Handy mit. Ovdje pripazite na uporabu akuzativa u rečenici. Dakle, u ženskom i u srednjem rodu je isti kao u nominativu, ali u muškom rodu dolazi do promjene i glasi einen. Und jetzt folgt eine online Übung. A sada slijedi jedna online vježbica u kojoj ćete vježbati nominativ i akuzativ. Vježbici pristupite ili pomoću QR koda ili ove bitli adrese. Bitli adresa glasi bit.ly kosacrta broj pet malim slovima nomaku. Wer kommt mit? At koji desto bom? O ako možemo odgovoriti? Meine Freundin Nadine, moja Prijateljica Nadine. Mein Freund Felix, moj Prijatelj Felix. Meine Eltern, meine Familie, moj Roditelj moj Obitelj. Meine Oma oder meine Tante, moja Baka il moja Teta. Mein Opa, moj Dietz. Mein Onkel, moj Ujak. Mein Bruder, moj Brat. Meine Schwester, moja Sestra. Pokušajte odgovoriti na ovo pitanje upotrijebujući ove ovdje riječi. I evo kako ste mogli odgovoriti. Meine Tante Josefine kommt mit. Prije nego što krenete na vježbicu slušanja, predlažem da prođemo kroz ova pitanja. Vaskan Julijana Meja Mahon. Što Julian može raditi na moru? Wer kommt mit? Tko ide sa njim? Was möchten die Jungs am Meja machen? Što mladići žele raditi na moru? Wohin gehen die Jungs jeden Tag? Kamo mladići odlaze svaki dan? Was nehmen Sie mit? A što nosi sa sobom? Wer wohnt in Makarska? Tko živi u Makarskoj? Was macht Marco gern? Što Marco rado radi? Wer war in Frankfurt? Tko je bio u Frankfurtu? Predlažem da zaustavite video i prepišete ova pitanja. I svakako imajte na umu da za vrijeme slušanja ove vježbe video uvijek možete zaustaviti kako biste zapisali odgovore u svoju bilježnicu. Hallo, ich bin Julian. Diesen Sommer fahre ich ans Meer. Ich bin sehr froh. Ich kann jeden Tag schwimmen, tauchen und mich sonnen. Mein Freund Tom kommt auch mit. Wir möchten viel Eis essen und Fahrrad fahren. Wir gehen bestimmt jeden Tag zum Strand. Wir nehmen die Flossen, das Strandtuch und die Taucheprille mit. Wir fahren zu meiner Oma. Sie wohnt in Makarska. Mein Cousin Marco wohnt dort. Er schwimmt nicht gern. Er faulenst gern. Er war bei mir in Frankfurt im Januar. Es war toll. Wir hatten viel Spaß. Und jetzt vergleichen wir. Er kann jeden Tag schwimmen, tauchen und sich sonnen. Nummer zwei. Sein Freund Tom kommt mit. Sie möchten viel Eis essen und Fahrrad fahren. Nummer vier. Sie gehen jeden Tag zum Strand. Sie nehmen Flossen, ein Strandtuch und eine Taucherbrille mit. Sein Cousin Marco wohnt in Makarska. Marco faulenzt gern. Marco war in Frankfurt. Hier sind einige Sommeraktivitäten. Wir sagen das alles auf Deutsch. Und jetzt folgt das Video. Pauziert bitte die Video-Lektion und den QR-Code zu skennen oder die Bitly-Adresse ab zu schreiben. Pauziert bitte die Video-Adresse ab zu schreiben. Zaustavite Video-Lektion, skenirajte QR-Code ili Bitly-Adresu prepišite u preglednik. Ali prije toga samo da vas podsjetim na zadatak, pronaći odgovarajuće termine na njemačkom jeziku u ovom videu, one termine koje ste zapisali malo prije u svoju bilježnicu. I zapamtite, u svakom trenutku možete pauzirati video kako biste zapisali termine u svoju bilježnicu. Bitly-Adresa glasi bit.ly kosacrta broj 20 malim slovima moje ljeto. Viel Spaß! Und jetzt vergleichen wir. Wie sagt man Ichina-Plažu? Zum Strand gehen, gut. Jedrenje. Segeln. Surfanje. Surfen. Odputovati na otok. Auf eine Insel fahren. Otici in o semstvo. Ins Ausland fahren. Ostati got kucce. Zuhause bleiben. Lenčariti. Faulenzen. Uživa ti u liepom bremenu. Das schöne Wetter genießen. Promatra ti prirodu. Die Natur beobachten. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Gehen wir weiter. Und jetzt die Hausaufgabe. A sada slijedi domaći rad. Za domaći rad ćete pripremiti govor. Govor ćete snimiti pomoću Vokaru alata koje možete pristupiti ili pomoću ove adrese vokaru.com ili tako da skenirate QR kod. Ali prije toga evo pripremnih radnji. Naslov je meine Zomaplina. Ova pitanja će vam pomoći da pripremite svoj govor. Predlažem da govor najprije napišajte u bilježnicu ili na komad papira pa tek onda da ga snimite pomoću ovog alata. Kada završite sa snimanjem svom učitelju ili učiteljici ovaj govor možete poslati ili pomoću poveznice ili pomoću QR koda. A ova pitanja će vam pomoći. Wohin möštest du urazen? Kamo želiš putovati? Was möštest du dort machen? Što bi tamo radio? Was machst du dort am montag? Šta tamo radiš? Na primjer u ponedjeljak, utorak i tako. Spomenite sve dana u tjednu ili barem neke. Was nimmst du mit? Što nosiš sa sobom? Ne zaboravite ovdje upotrijebiti akuzativ. Wer kommt mit? I ko dolazi s vama? Viel erfolgt! Ich wünsche euch viel Glück und Erfolg beim Lernen. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.